Was ist denn hier in einem Zoo? Seid ihr in einem Zoo? Im Käfig? Hä? Hier, ah! Bist du eine Affe? Im Käfig! Raphael, du bist schon zu groß! Das Versteig! Und dann kommt nochmal Rettung. Alle sind in der Meer. Ciao! Der ist ja jetzt! Alles gut! Oh, hier ist alles! jetzt auf geht's schießen nage es wird geschossen mit ballen ja 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 wer trifft in den Mund von Dinosaurier ja gewinnt ja ja getroffen ja ja nein daneben einer getroffen im Kopf der Kopf getroffen? nein nein nicht getroffen er hat noch mehr Munition er hat noch mehr Munition auf raps 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 Schiss, Station. Dino Park, Darmstadt. Dino Park, Dino Park, Dino Park, Dino Park. 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 Dino Park, Dino Park. Dino Park, 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 Dino Park. Dino Park, Dino Park, Dino Park. Dino Park, Dino Park, Dino Park, Dino Park. Dino Park, Dino Park, Dino Park, Dino Park. Dino Park, Dino Park, Dino Park, Dino Park, Dino Park. Was? Geht? 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 was machst du was machst du was für ihr gold oder was gold gold auswaschen rafael du was machst du und schon was gefunden wir haben noch ein paar stunden habt ihr zeit gold zu finden rafael was machst du sammeln die wollen und was macht ihr aliens die wollen Die Kühe klauen, oder? Das ist einer! Komm bitte! Komm bitte! Interessant? Nein, das sind unsere Kühe klauen. Das ist wie ein Computerspiel, oder? Wie viel? 20 Kühe schon gerettet. So schnell! Ich bin so schnell! Ich starte dich! 21. Die Kühe müssen noch nicht rüber gehen. So viele Kühe sind schon wieder. Oh! Und die Nass! Macht es Spaß? Ja! Und Finish! Wie lange dauert dieses Spiel? Was? Nee! Das heißt, 23 Kühe gehen wir auf. Das heißt, 23 Kühe gehen wir auf. Und die Kühe gerettet. Rettet die Kuh! Das heißt, das Spiel. Die müssen die Kühe klauen! Jetzt habt ihr 30 Kühe gerettet, ja? Los geht weiter! Prima! Mehr als beim ersten Spiel, ja? Ja! Habt ihr gut gemacht! Wollt ihr nochmal? Plederwand! Ja! Los! Nein! Ihr könnt auch hierher kommen! Das ist Dienerland! Dienerland! Hier! 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 Plederwand! Ja! Joshua! Pleder! Bist nach oben! Besser mit Schuhen! Hier! Hier! Oh mein Gott! Das ist nicht anders! Das ist nicht anders! Das ist nicht anders! Noch, noch! Prima! Mit Kopf! Geschafft! Super! 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 So, unsere Jungs sind jetzt wie die kleine Dinos, ja? Sie sind aus einem Ei geschlupft! Aus einem Ei geschlupft! Aus einem Ei geschlupft! Ja! Seid ihr aus einem Ei geschlupft! Wie die kleine Dinos! Raphael hat sich heute verletzt, ja? Und Joshua hat die Hand verletzt, ja? Ich nicht! Und Joshua hat die Hand verletzt, ja? Alle haben was! Nur Joel nicht, ja? Und? Hat es Spaß gemacht heute? Ja! Gehen wir noch vielleicht einen Film gucken? Ja! Ja! Da kommt noch Papa gleich viel! Das Ei fällt gleich um! Ja! Hier ist genug Platz! Ja! Jawohl! So! Kommt raus! Jungs, habt ihr einen Freund gefunden? Ja! Herr Robert, was macht er? Entschuldigung, ich habe keine Möglichkeit, Ihnen ein Foto auszudrucken. Soll ich mich per E-Mail senden? Ja. Darf ich uns was machen? Gut. Kann man sehen? Dann will ich ja nicht. Die hat ein Taum nicht. Dann kommt. Ja. Hey, wollen Sie mich helfen? Gut. Ruhe, nichts außer Ruhe. Hey! Hände hoch und ohne Schieße. Mama? Hände hoch und ohne Schieße! Wo sind die nerede? Was sind die? Niemand hat mich entdeckt. Hahaha, Dabies ja! Uhu... Oho! Tafel! Hier komm! 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 Ich nicht! Ich nicht! Ich nicht! Ich nicht! Ich auch! Alles gesperrt! Mann, Mann, Mann! Wo bist du? Jetzt kriege ich euch! Nein! 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 Danke! Kann man aussen? Kann man also? Danke! Was ist die? Hallo Joshua gefangen Joshua gefangen Joshua gefangen So, Joshua, du bist gefangen Ich gefangen Okay Raphael Und Joel Raphael 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 Raphael, du bist du Ich bin angefangen So Alle drei habe ich angefangen So Muss ich ergeben Okay Spiel zu Ende Ihr wart zu eng, aber Ich habe geschlafen Ist aber müde, ja, Joel Ich habe dich schon, Raphael Doch Doch Da kommen, Bruder Ja? Ja Joel, wo ist deine? Schwimmhilfe Nimm doch, was du schon gibt Joel Joel Raphael, du musst in der Mitte sitzen Sonst kannst du nicht schwimmen Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, ja? Nimm doch Paddel Und setz dich in die Mitte, Joel Und setz dich in die Mitte 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 Unser Ausflug ist zu Ende, ja? Ja Kommt? Gehen wir zum Auto? Ja Und wie war's? Was erzählt ihr da? Ja Ja Wir haben ein Ergebnis Ja, Raphael verletzt Also Spaß hat sich gelohnt, ja? Raphael hat sich verletzt, ja? Und Joshua auch hat Joshua hat verletzt Zeig mal, wo ist Ja Nicht hier Ja Wir waren bei Rutsche Wir waren bei Rutsche Papa hat dich gefangen, aber hat mich nicht gekriegt Bis bald mal Komm erst mal los Ja Ja Und vorne Unser Besuch bei Dino Park ist zu Ende Wenn euch das Video gefällt Dann gebt einen Daumen hoch Und abonniert uns bitte Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss